Hallo zusammen, ich bin David und ich mache die Lehre bei der Firma Madmix als Logistiker. Heute zeige ich euch, was ich so mache. Eine wichtige Tätigkeit von Logistiker ist zu kommissionieren. Das bedeutet Kundenbestellung bereitstellen. Was mir am Beruf Logistiker gefällt, ist, dass man sehr viel Verantwortung kriegt. Man hat selbstständig arbeiten gehabt und der Beruf ist sehr vielseitig, was mir sehr gefällt. Gerade am Anfang der Lehre habe ich einen überbetrieblichen Kursbesuch, damit ich die Ameisen bedienen darf. Konfektionieren ist auch eine sehr wichtige Tätigkeit. Das bedeutet Kontrollieren der Wohre und auch Etikettieren. Bevor man das Palette in die LKW reintet, wickelt man es noch, damit die Ladung gut gesichert ist. Am Ende des ersten Lehrjahres darf man die Stapelprüfung machen. Für die Ausbildung bei der Madmix habe ich mich entschieden, weil man im so grossen Betrieb viele Bereiche der Logistik kennenlernt. Falls du Interesse hast, dann verschaffe dir doch selber einen Einblick und komm zu uns schnuppern. Das rando die Die